Ah, das dürfte wohl genug sein. Es reicht auf jeden Fall für ein erfrischendes Bart, Flecky. Ich weiß ja, dass du das nicht magst, aber du fängst langsam an zu möffeln. Also, legen wir los. Flecky? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Er ist abgehauen. Atem ich, kleiner roter Traktor. Was macht ihr zwei denn da gerade? Ich muss versuchen, Max zu entkommen. Und ich spiele die Bestie von Plätscherbach. Ich dachte, ihr werdet so jung, um von dieser alten Geschichte gehört zu haben. Das ist eine von unseren Lieblingsgruselgeschichten. Wir üben schon für unseren Zeltausflug. Wir erzählen uns nämlich beim Zelten immer Gruselgeschichten. Ihr wollt zelten, was? Dürfen wir bei dir zelten? Mama hat uns erlaubt, wir haben sie gefragt. Solange sie weiß, wo wir sind. Also dürfen wir? Dürfen wir, Jan? Aber klar. Ich bin heute sowieso zu Hause. Also, wenn ihr irgendwas braucht oder Angst bekommt... Ich bekomme vor nichts Angst. Aber Emma vielleicht. Ganz bestimmt nicht. Naja, kleiner roter Traktor und ich sind jedenfalls da, wenn ihr uns braucht. Toll! Danke, Jan! Gut. Aber wo ist nur der Hund? Er kommt schon wieder zurück, wenn er Hunger hat. Komm, kleiner roter Traktor. Ich brauche noch ein Video für meinen gemütlichen Abend. Abelhaft, großer Blauer. Dieser neue Dunkstreuer funktioniert fantastisch. Kaum zu glauben, dass dieser stinkende Dunk so gut fürs Wachstum der Saat ist. Ein Feld haben wir fertig und eins noch vor uns. Das sollte man nicht tun, aber ich lasse den Streuer einfach an. Damit sparen wir eine Menge Zeit. Kein Mensch in der Nähe. Also los. Guten Morgen! Siehst du wohl? Ich kann nichts mehr sehen. Es ist alles in meinen Augen. Au! Das macht es ja noch schlimmer. Herr Juncker, wenn ich Sie zu fassen kriege, dann... Au! Brennnessel! Meine Hände! Warum, warum, warum? Wir sind doch gleich zu Hause. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist... Das ist die... Das ist die... Das ist die Bestie von Plätscherbach. Und sie kommt auf uns zu. Wir müssen hier sofort weg. Oh, bitte, Rosti, bitte! Hör mal, wenn du dich jetzt nicht bewegst, sind wir das Mittagessen von dieser Bestie. Und du bist der Hauptgang. Oh, meine kleine Schönheit. Gut, lass uns hier abhauen. Yeah! Hä? Klingt wie Rosti. Walter, bist du da, Walter? Oh, bitte, Jan. Jackie Schmarns neuster Film. Ich freu mich schon richtig darauf, den zu sehen. Da gibt's ne ganz tolle Szene. Da muss er auf einen fahrenden Traktor springen. Die Bestie! Ich habe die Bestie gesehen. Die Bestie von Plätscherbach. Ich hab sie gerade gesehen. Das ist unmöglich. Das ist doch nur ne alte Legende. Aber es gibt sie wirklich. Ich hab sie doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Du wirst dich ganz bestimmt getäuscht haben. Ich geh kein Risiko ein. Ich werd mich verstecken. Und du auch, Nikola. Komm rein in die Werkstatt. Nun mach schon, Rosti. Vielleicht hat dein Papst tatsächlich irgendwas gesehen. Ich werd mal nach den Kühen sehen. Nur für alle Fälle. So, eine Ladung noch. Dann müsste es reichen. Warte mal. Was in aller Welt? Nein. Das kann nicht sein. Es ist... Es ist die Bestie von Plätscherbach. Ui, ich armer. Gut. Was muss ich tun? Ach ja, erst mal verstecken. Ich muss mich verstecken. Verstecken, bis es weg ist. Fahr los, großer Blauer. Hallo, Mädels. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Fahren wir nach Hause und sehen, ob wir den Hund endlich baden können. Merkwürdig. Warum lässt Stumpi Flitzer hier stehen? Wir sollten ihn lieber aus dem Weg ziehen, aber... Ich frage mich, wo Stumpi steckt. Hallo, ihr zwei. Was gibt's? Mama erlaubt uns nicht, dass wir heute Nacht alleine zelten. Walter hat ihr erzählt, er hätte die Bestie von Plätscherbach gesehen. Ihr wisst doch, dass es so etwas nicht gibt. Wir schon. Aber Walter hat immer wieder damit angefangen. So lange, bis Mama ihm geglaubt hat. Fragt doch einen Erwachsenen, ob er mit euch mitgeht. Ich bin sicher, dann wäre eure Mama beruhigt. Ähm, vielleicht. Ich würde ja mitkommen, aber ich muss endlich Flecki baden. Was haltet ihr von Herrn Juncker? Fragt ihn doch einfach. Na gut. Ja. Komm, kleiner roter Traktor. Wir bringen Flitzer nach Hause. Es war ein Monster. Mit zotteligem Fell und spitzen Zähnen. Ja, ja, und es hatte Klauen. Fell und Zähne und Klauen. Es ist sehr gefährlich. Hier, bitte. Zwei Leib Brot und zehn Dosen Suppe. Wunderbar. Gut. Ich verschwinde, bis die Bestie gefasst ist. Ich nehme an, sie tun dasselbe. Bis dahin. Herr Juncker hat recht. Komm, Nicola, gehen wir rein. Einer so schlimm wie der andere. Er sieht sehr beschäftigt aus. Lass ihn uns trotzdem fragen. Sollte es die Bestie sein? Es ist niemand hier. Verschwinde! Wir sind es, Herr Juncker. Emma und Max. Oh, ihr zwei solltet nicht allein da draußen sein, solange sich diese Bestie in der Gegend rumtreibt. Hier ist keine Bestie, Herr Juncker. Doch, natürlich. Geht sofort nach Hause und lasst euch unterwegs von keinem fremden Monster ansprechen. Ab nach Hause! Erwachsene sind wirklich komisch. Ich glaube es nicht. Kann es noch schlimmer kommen? Flecki! Flecki! Hast du denn inzwischen Flecki gebadet? Noch nicht. Ich muss ihn erst mal haben. Ähm, was hat Herr Juncker zum Zelten gesagt? Er versteckt sich zu Hause vor der Bestie. Hört mal, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr hier auf dem Hof zeltet? Hier? Wir könnten euer Zelt hier aufschlagen. Das heißt, ich könnte sofort bei euch sein. Und wenn ich den kleinen roten Traktor direkt neben euch parke, kann er auch noch ein Auge auf euch werfen. Toll! Keine Angst, ich werde Ihren Traktor schon zum Stehen bringen. Oh, Jakob, Sie sind so mutig, so furchtlos. Dann hörte man ein Kratzen an der Tür. Kratz, Kratz, Kratz. Und als die alte Dame die Tür öffnete... Was war das? Die Bestie von Plätscherbach. Das ist kein Spaß mehr, Emma. Da draußen ist irgendwas. Emma, die Bestie! Ja, na klar. Du hast recht. Und sie ist ganz dicht bei uns. Komm mit zum kleinen roten Traktor. Hilf uns, kleiner roter Traktor. Wasser... Was ist hier los? Der kleine rote Traktor hat die Bestie von Plätscherbach gefangen. Sieht aus, als wäre da wirklich etwas. Aber was? Stumpi? Oh, ich... Ihr glaubt nicht, was ich heute alles erlebt habe. Ich habe es heute sogar geschafft, Flitzer zu verlieren. Flitzer steht sicher zu Hause. Oh, was ist das für ein Gestank? Naja, ich glaube, das bin ich. Ich rieche ein bisschen streng. Wisst ihr was? Ich glaub, Walter hat dich übers Feld stolpern gesehen, Stumpi. Und dich einfach nicht erkannt. Stumpi ist die Bestie von Plätscherbach? Der kleine rote Traktor hat uns vor Stumpi gerettet. Ha, dann hat er ja gute Arbeit geleistet, als er auf euch zwei aufpassen sollte. Das hat er richtig toll gemacht. Du bist mein Held, kleiner rote Traktor.